So, hier am Weg zum Zart beginnt die Wano. Und da geht es lang. Hallo allerseits, endlich scheint wieder mal die Sonne, wie man sieht. Genau, nach drei Wochen grauem Regenwetter endlich wieder ein sonniger Tag. Hat uns natürlich heute wieder hinausgezogen, wir gehen endlich wieder auf Tour. Wobei zu unserer heutigen Tour Sonnenschein eigentlich gar nicht so passt, weil wir wollen in den Teufelswald. Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch später. Aber vorher möchten wir noch mal ein dickes Dankeschön sagen. Und zwar, Trommelwirbel, wir haben die 200 Abonnenten geknackt. Ja, wir sind sprachlos, hätten wir nie mit gerechnet. Ganz, ganz lieben Dank an alle Zuschauer für euer Interesse, an alle neuen Abonnenten, die wir hier herzlich begrüßen. Und ja, das spornt uns an und das ist der Mühelohn. Richtig. So, jetzt gehen wir aber los. Auf geht's. Wir sind im Naturschutzgebiet Zart. Der Name Zart leitet sich von dem sorbischen Wort Tschart oder Zart ab, was so viel bedeutet wie Teufel. Und deswegen heißt das hier im Volksmund auch Teufelswald. Das Naturschutzgebiet der Zart ist etwa 260 Hektar groß und liegt auf der Gemarkung Trollenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmarkt. Es führt nur ein einziger Weg durch den Zart, ansonsten ist das Gebiet völlig naturbelassen. Das wasserreiche Gebiet wird von zahlreichen Bächen durchflossen, die von Quellwassern aus dem Fleming gespeist werden. Das war's. 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 Sieht aus wie eine dicke Eiche mit einem Lymphoidee. Wir haben uns einen Rundweg ausgesucht, der so etwa zehn Kilometer lang ist. Der Weg durch den Zaat durch, selber ist nur drei Kilometer, aber wir gehen ihn nicht wieder zurück, wir machen den großen Bogen. Das ist ein Biber. 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 Das ist ein Biber.